Hallo und herzlich willkommen zum täglichen Vlog. Ich habe gerade mal wie immer meinen News-Sticker durchgeguckt und da habe ich gesehen, dass in New York ein 18 Meter großer Wal gestrandet ist. Die Polizei hat mitgeteilt, dass der Wal zwar noch lebt, aber in absolut schlechter Verfassung ist. Mich würde einfach mal interessieren, weil es um Thema Tieren geht, was haltet ihr davon? Beziehungsweise schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr auch zur Misshandlung von Tieren denkt. Mich würde es echt mal interessieren, weil ich bin der Meinung, dass sowas total abfuck ist. 18 Meter, ich werde den Link zu dem Beitrag einfach mal hier unten in die Beschreibung posten, dann könnt ihr euch das selber mal angucken. Was mich auch ein bisschen wundert, wie zur Hölle ist der da hingekommen? Ich meine, ich bin jetzt nicht so geografisch so ausgeprägt, aber ich meine, eine Wal in New York, da stimmt doch heute nicht. Das war's, bis dann, tschüss.